Willkommen wieder zurück, wir ertrinken einen Elfenjungen. Also, heute sind wir wieder, oh, sieht das Spiel schön aus. Heute sind wir bei Portemonnaie. Beim letzten Mal sind, da sind kommen die jungen Männer. Boah, also wir sind immer noch in der Sommerpause am 1. Oktober. Inoffiziell, ja. In wortwertig 30 Tagen ist Halloween. Das ist Halloween. Nichts schreibt mehr Herbst raus als Halloween und wir sind immer noch in der Sommerpause. Wir müssen für den Roten Läuenkönig ein Segel finden. Oh, der depressive alte Mann. Helfer dich an, bitte, junger Mann, bitte. Du musst den Mann bitte anhören. Wo drückt der Schuhs? Ach, lass mich in Ruhe. Aburu, mein über alles geliebt und der einzige Tochter Dolores wurde von diesen Ungarn... Ist die nicht voll hässlich, die Dolores? Doch. Wie sieht sie nochmal aus? Wie ein Mann, oder? Mit einem Bart so. Was haben wir nur mit meiner Tochter? Geld ist keine dabei. Die Rechte, meine Tochter. Ok, ok, ja, die ist auch bei mir. Oh, ein Brotsegel. Wieso, wenn du sobald du kannst, was angeht, wirst du eine andere fragen, Juni? Ich weiß noch, als ich Wind Waker versucht habe zu spielen, bin ich ewig im Portemonnaie festgesteckt. Echt? Weil ich einfach nicht wusste, was man machen soll. Wir haben eine... Ha, ein Depri. Ein Emo? Oh, der Typ sieht mir sehr, sehr... Warum sehen hier alle traurig aus? Der Typi. Der ist cool. Der verkauft mir den Segel. Ich kann mir mal sagen, mein Weg hat mich über die Vorwürste gehalten, bis nach Portemonnaie gefährt. Ich war auf der Kamera, ich war auf der Kamera, ich war auf der Kamera, ich war auf der Seite, ich war auf dieser Ete wieder zurück, aber ich war auf dieser Ete wieder zurück, aber ich war auf dieser Ete wieder zurück. Ach, Tingle. Das wurde wohl der Zeit, der ist auf die Seite, doch, Tingle. Tingle ist fucking hot. Man muss ihm aus dem Gefängnis helfen? Ja, dem... Nee, nee, der gibt mir nur eine Kamera. Ja. Nee, nee. In dem Spiel... Nein. Im Originalspiel gäbe er mir den Tingle-Adapter, ja, aber hier macht er ja gar keinen Sinn mehr, also gibt er mir eine MiWars-Flasche. Ja, das MiWars. Okay, von da kommt man nicht durch, da kann man Bomben kaufen, ich hab... Wow! Ich vermisse echt das MiWars. Das ist jetzt offiziell offline, oder? Das ist offiziell... Ja, offiziell tot. Scheiße. Ach fuck. Ich hab's nie verwendet, ich hab da nur meine schlechten Sketches von Art Academy hochgeladen. Ohne scheiße. Aber trotzdem, es hat so ein Kult-Following gehabt, so ein richtig ironisches Kult-Following. Ja, viele haben's gemacht seit dem Zweck. Ich nicht. Was für praktisch platzierte Kranken... Und Loch... Und Loch... Ja, probier alles aus. Was macht der Junge auf dem Dach? Schau das Loch tief an und es wird größer. Ah, ich weiß. Nein, nicht reinrollen. Hä? Warte. Ja, mach so'n Laufgang. Pack ein, pack ein. Perfekt. Super. Das ist so ein offensichtliches Versteck, das ist nicht mal mit einem Fass oder so verdeckt. Der guckt mich schon an, Alter. Hallo! Super. Was, von wo bist du hergekommen? Ich mag seine Nase. Du bist im Bombenladen, wenn du dich umsehen willst. Oh. 10.000. Geil. Ich glaub wirklich nicht, dass du von deinem Taschengeld kaufen kannst. Jetzt sag aber bloß nicht, dass du das auch kannst. Du wirst es einfach nicht verstehen, weil du kannst es jetzt nicht leisten, Lulli, und jetzt verschwinde. Was ist das für ein Kumpel? Warum sagt er das? Okay, das heißt, Tinkler war doch nicht hier. Ich hätt schwören können, der war hier. Zuerst suche ich mir das Segel zurück. Ich dachte, wir spielen das... Fuck! Mikro! Hilfe! Mikro! Ich bin Mikro Mike. Und ich bin hier, um zu sagen... Ja, ja was? Und ich hasse die Mission mit denen. Doch, man kann es verstehen. Danke, tschüss. Das ist echt gruselig. Gib mir mal jemanden Segel. Wo kam denn nochmal Fynn, Aller? Ach, hier ist die Schule für die kleinen Stolche. Ja, aber nicht für dich. Also was machst du hier? Alter, Mann! Ah, hier kannst du doch die Gwasen umkippen, oder? Ja. Die Gwasen zerstören. Da ist der Kollege, also was sagt er dir? Kann ich jetzt wagen, aber um so ein Junge wie dir mehr helfen kann. Oh Gott, Alter! Meine kleine Fynn... Was ist mit all diesen Tochtern, die einfach verschwinden? Ja, du Idiot. Sind die alle bei den Typen? Ja, ach was! Ach so. Jetzt guck mal, ich zeig dir mal was. Scheiße. Oh nein, endlich, das wird unangenehm. Oh ja, Baby. Endlich, pass auf, dafür musst du Geld zahlen. Nein, muss nicht. Hallo, ich bin Vase. Oh. Das ist so ein... Oh nein. Okay. Die 100-Trobine. Pass auf. Geht's weiter? Ich hole die... Nein, nein, nein. Es macht keinen Spaß. Oh mein Boy. Oh nein, nicht das spielen. Schau mal, was für Beine der hat. Ah, so nah los. Sag, wie gegrüßt meine Flotte, ich bin Admin Aquabar. Aquabar? Wir sind in der Ladenzustand. Uns wurde ein Angreifen, der Unsee, Ungeheuer gesichtet. Alle sofort in Position gesehen. Das ist so ein Geil. Was? Weil, 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 ist das alles klar. Drei verschiedene Monster. Klein, groß, klein, klein, groß, klein, groß. Okay. 24 Schuss. Los, Anthony. Okay, fuck. Jetzt kommen die besten Sounds in der ganzen Welt. Splish. Es tut mir leid. Ach, du Scheiße. Okay, okay. Jetzt wird's spannend. Ach, du Scheiße. Das war das Kleine. Also, du kannst jetzt alles... Das ist ein Glickstreffer. Ach, du Scheiße. Uh. Das war jetzt das Mittelgroße, oder? Ja. Also. Der Rekord ist 20. So, wo kann der theoretisch noch sein? Splish. Ja, du musst, ähm... Ja, ich weiß. Ein Ding machen. Ich denke da oben. Oh, noch sieben, Anthony. Fuck. Man, 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 man. Die können ja nicht nebeneinander sein. Mach, mach, warte. Der ist ja vier groß, oder? Dann warte. Komm rüber. An der Seite könnte er sein, ja. Mach da unten eins von den beiden. Eins von den in der Mitte. Dann kannst du die ganze untere Reihe ausschließen. Da, in der Mitte, bitte. Den da. Den da. Ja, ist eigentlich scheißegal. Okay. Okay, also das ist alles ganz ausrechnen. Und jetzt da, dasselbe. Ach, fuck. Das heißt, er muss hier sein. Oder da. Äh. 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 Nee, der muss hier sein. Warum da? Das kann doch nicht sein. Warum könnte ich... Doch, oder da. Äh. Nee, da. Da ist er 100 pro. Hier. Ja, 100 prozentig. Nein. In der Reihe. Ich wusste es. Nein. Warum? Fuck. Der Stick hat nicht regnet. Ja, zum Glück. So, wie soll ich das jetzt am besten machen? Also, am besten machst du es folgend. So. Ich hoffe, niemand stört, dass ich hier vorne bin. Nee, nee. Können sofort den großen suchen. Und wir werden dann einfach die beiden machst und die beiden. Oder? Und dann mach einfach in der Mitte. Spontan in der Mitte. Und schau, ob du triffst. Spillisch. Oh, Baby. Schau nach. Oh, Mann. Zur Seite. Fuck. Scheiße. Okay, der Kleine. Das ist gut. Fuck. Oh, Baby. Jetzt eins von... Ah, okay. Jetzt der Dreier. Noch fünf Schüsse hast du. Bereit? Oh, fuck. Die haben mir nur einen Fehler erlaubt. Der kann hier sein. Der kann hier sein. Der kann überall sein. Ich würde mal sagen, das sind drei hier. Föklich? Dann mach einen von denen in der Mitte. Fuck. Oh, der Gitarre. Ist es der andere? Puh, der kann auch hier sein oder da oder scheiße. Ja. Fick, man. Wer ist mit? Einfach eins drunter. Ja. Jetzt muss der Muster sein. Der Muster sein. Und jetzt einmal dahin. Okay. Und jetzt. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Fuck. Get out. Fuck you. Was reicht uns, oder? Was passiert? Was kriegen wir? Was für ein Muster? Ein Herzteil. Oh. Kein Geld. Nice, okay. Armer. Okay, das waren jetzt 15 Minuten und wir haben immer noch kein Segel. Segel, Mann? Das ist jetzt windtriebendes Riesenrad. Fertig hat er mit Wind gedreht, aber jetzt bin ich ganz alleine. Okay, ich kriege später gleich den Stab des Windes. Wirklich? Nö. Was ist der fucking Segel, Alter? Ich glaube, ich muss Tingle finden. Aber der Typ hat den Segel, da bin ich mir fast sicher. Was macht der? Der fragt dich jetzt auch noch seiner Tochter, oder? Vor langer Zeit habe ich mit einem fremden Reisenden mein Haus angeboten. Doch dieser vergeilt es mir, indem er mir eine wertvolle Fotobox stammt. Okay, er wurde zwar geschnappt und ist in den Bau gewandert, aber meine Fotobox habe ich nie wieder gesehen. Er muss irgendwo im Gefängnis versteckt haben. Auf jeden Fall trau ich es da damals. Seit damals nichts, keinem Weg genug. Weil weiß ich ja. Ja, husch, husch. Dann geht es zum Gefängnis, also. So, wo ist das Gefängnis? Kann sich nicht mehr daran erinnern, wo das Gefängnis ist? Der Mann ist weg. Der Mann steht es hier. Da steht er. Hallo. Ah, fuck. Hör auf. Du verteilst überall Blut auf den Wänden. Da war's. Da hinten. Ja, wahrscheinlich ist es dann auf einer anderen Insel. Nicht auf einer anderen Insel, sondern an einem anderen Rand der Insel. Und das sieht wahrscheinlich eh nicht aus. Oh, mein cooler Onkel Charlie. Warum sollte man die so nennen? Das war ja nicht mal die Star-Hop-Storyline. Mein cooler Onkel Onkel. Mein cooler Onkel Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Ah, Hilfe. Das ist mein Onkel Charlie. Wahrscheinlich da oben ist das Gefängnis. Ja, da ist das Gefängnis. Ah, nee, da ist der Tänzer. Mit dem Windweg. Ja, so war's wohl auch nicht. Ich mag die Rector Physics und seine Strings. Ausrufezeichen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich war so verdient, meine Tante, ich bin Tee-Ramp-Walter. Oh, geh, geh weg von mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die magischen Tante. Ja, ich weiß, das muss ich mit dem Stab des Windes machen. Aber jetzt nicht. Da ist das Gefängnis. 100 pro. 100 pro. Wenn es wieder nur irgendwas anderes Dummes ist. Willkommen beim Porzelladen. Oh, das ist wirklich recht. Da ist der Kollege. Da ist der Kollege.